Moin, ich bin Ove von T&T e-Mobility. Ich bin hier in Lutherberg. Hier ist ein riesengroßer Ladepark und ein riesengroßer Felix Bar. Ja, wir haben uns hier gerade komplett zufällig getroffen. Ich bin hier reingefahren, das ist super schade und dachte mir, die Felgen hättest du doch schon mal irgendwo gesehen. Und dann ist er auf einmal in den Ove ausgestiegen. Ja, genau. Die Felgen, das ist ja mein Markenzeichen. Ihr kennt sie, den Noah Arrows. Glanzverdichtet und poliert einmalig auf der Welt. Und daran hat er mich erkannt. Das ist gut, das gefällt mir. Natürlich kennen alle dich mit deinen Videos. Du bist ja, du hast ja eine Menge Abonnenten, oder? 600 irgendwas 1000 gerade. Boah. Wahnsinn. Ja, da komme ich mit meinen 50.600 nicht hinterher. Macht aber auch nichts. Wir sind völlig unterschiedliche Kanäle. Absolut. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 26. 26. Guck mal, ich bin 35. Ja, 50. Ja, wir haben uns noch nie getroffen vor, ne? Nee. Aber so als YouTuber kennt man sich halt aus den ganzen Filmen, ne? Ja, aber das ist direkt, glaube ich. Ja, genau. Wir haben die gleichen Intention. Du bist mit deinem Model 3 hier und lädst auch. Herrliches Wetter. Wir haben wahrscheinlich beide. Das ist einer meiner Lieblings-Supercharger hier. Ich mag den sehr gerne. Schöne Landschaft, kann man ein bisschen spazieren gehen, wenn man Zeit hat. Ja. Gibt immer was Leckeres zu essen. Und ist so auf der höchsten Stelle der Kasseler Merke. Ja. Genau. So, und das ist dein Model 3 Performante. Genau. Es hat ein paar Fliegen gefressen, aber ein paar Schäden hat es auch. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar von euch, ich weiß nicht, wie ich von deinen Zuschauern das vielleicht gesehen habe. Ich habe eine Dokumentation produziert darüber, dass ich mit diesem Model 3 bis zum Nordkap gefahren bin. Aber nicht im Sommer, sondern mitten im Winter. Und da ist dem Auto einiges passiert. Es stand bis zu einem Knöchel quasi im Schnee drin. Und deswegen hat es so ein paar kleine Schäden davon getragen. Aber abgesehen davon bin ich mal gespannt, ob du da noch was entdecken kannst. Ja, also ich muss dazu sagen, von diesem Video, von dem du gerade sprachst, diese Winter-Nordkap-Tour mit diesen fantastischen Drohnenbildern. Also dieses Video ist wirklich sensationell. Ich werde euch das hier oben verlinken. Guckt euch das bitte an. Da geht es gar nicht hauptsächlich um den Tesla, mehr die Bilder beeindrucken. Die sind wirklich sensationell. Das geht so ein bisschen um das Abenteuer, um den Roadtrip, um die Freundschaft, aber natürlich auch um die Technologie. Aber das Video ist echt der Hammer. Also da bin ich ganz weit hinterher mit sowas. So, und das ist er. Ein Model 3 Performance. Ich gucke doch gleich mal auf die Fahrgestellnummer, dann kenne ich ja meine Fehler schon. 523. Das ist auf jeden Fall ein später. Im Moment sind wir bei 708.000. Wenn du das sagst. Ja, und weiß weiß finde ich natürlich super. Das mag ich sehr, sehr gerne leiten. Das sieht wirklich toll aus. Ja. Das ist eine schöne, eine gute Wahl. Tja, was haben wir? Okay, die Ladeklappe kann ich nicht sehen. Aber mit der Ladeklappe habe ich ja auch noch ein Problem gehabt, muss ich sagen. Nee, meistens ist es, wenn noch, nur die Passung. Denn Spoiler haben Sie ja wohl auch schon mal angearbeitet, oder? Ähm, ich sag mal so, mir ist eine Sache passiert, und zwar, als wir in Norwegen unterwegs waren und wir hatten so minus 10 Grad, habe ich mal etwas doller den Kofferraum zugedrückt, weil das Ding ist, ich weiß, vielleicht schlägst du dir gleich an den Kopf, aber ich habe diese Federn drin, dass der Kofferraum aufspringt. Man sagt ja immer, das macht das Auto auf lange Zeit kaputt. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt, die Feder ist zu stark. Und das sehe ich, ich habe es schon geahnt, ich habe es nicht gewusst, dass du es hast. Denn, erst mal ist das Zumachen wirklich mit Kraft verbunden und dann machst du genau das und das sollst du nicht. Genau, und bei Minusgraden hat er sich dann hier halt so ein bisschen gelockert. Und das, deswegen immer vorsichtig sein, lieber Herr. Ja, und diese Federn, okay, das springt ganz toll auf, aber es ist ja gedacht, dass du beim Zumachen diesen machst, ist überhaupt nicht möglich. Ich weiß. Und, die Dichtung ist zum Beispiel hier falsch, da unter ist eine Nase, die muss da drüber sitzen, das darf gar nicht zu sehen sein hier. Nee, dazu muss der Stoßfänger einmal ab oder und dann, ja, gehört. Geht es mit Kraft einfach dann da raus? Nee, 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 geht nicht. Okay. Ja, aber warum ist das bei allen Teslas aus dem Zeitraum so, dass die einfach den Gummischeiß... Erst du bei den 650.000, dann fing das an, dass sie es verstanden haben, wie es richtig geht. Das ist ein Montagefehler. Sieht auch viel besser aus, weil die Dichtung läuft dann hier unten so lang und diese Kante ist gar nicht mehr zu sehen. Da kannst du ja teilweise, du siehst sie da unten auch drin. Dahinter ist sie. Tatsächlich. Ja, gut ist nicht schlimm, aber diese starken Federn drücken wir natürlich auch hier die Kante hoch. Guck mal, die steht hier ein bisschen hoch, hier auch. Also würdest du sagen, Kraft wieder ausbauen. Wenn du rüberfährst, spürst du den Widerstand. Wie schlimm ist es, also was glaubst du denn, wann geht mir der Kofferraum kaputt, wenn ich den jetzt drin lassen? Also wie, mit welcher Lebensdauer von meiner Heckklappe muss ich rechnen, wenn ich diese Federn... Das kann zu lange drin lassen. So schlimm ist es nicht. Es ist nur nicht eben gedacht, wenn die Leute so ein Ding konstruieren bei Tesla. Ich weiß, also ich bin absolut im Bilde darüber, dass es halt nicht optimal ist für das Auto, sage ich mal. Aber es ist schon furchtbar praktisch. Ja, das stimmt. So, hier ist ein Rücklicht zum Beispiel, das steht hier zu weit vor. Wenn du hier so unterfährst, dann merkst du einen Widerstand. Da nicht. Aber ich sage mal, das ist ja nicht so was. Klein Kram. Da muss man auch, ob das einen interessiert oder nicht, da muss man auch ein gewisser Typ Mensch sein. Ich sage mal, solange es jetzt nicht die Tür komplett raussteht, ist für mich das auch so. Ich bin ja nur immer einer, der sagt, wer 100% bezahlt, soll auch 100% bekommen. Absolut, ja. Aber dass das bei Tesla nicht immer der Fall ist, das ist ja allgemein bekannt. Das ist bekannt, ja. Da sollte keiner überrascht sein, wenn er kein perfektes Auto bekommt. Machst du noch mal den Frank auf. Ist da was drin? Ähm, ja, ein bisschen Kabel, aber abgesehen davon, so. Hier auch, hier ist hier die Stoßkange vor. Ja, ja, und hier wartet der Scheinwerfer auch, ganz klar. So, machen wir den Lauf. So, deine Fahne ist zu sehen, das ist gut. Den Juice Booster hast du auch gekauft? Habe ich von den netten Leuten von Juice Technology bekommen, damit wir den mal ein bisschen benutzen können. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin da sehr dankbar für, weil auf dem Nordkap Trip war das Ding unglaublich praktisch. Hast du ein Video dazu gemacht? Ich habe ein Top-Tesla-Gadgets-Video gemacht, wo das drin war. Und in der Doku kam es natürlich auch ein bisschen vor. Der ist wieder Hammer, ne? Das Coole daran ist, vor allem wenn mal eine Ladesäule eingeparkt ist. Also ich habe das ganz oft, gerade in Leipzig, wo in der Innenstadt viele Ladesäulen sind, hat man das häufig, dass einfach irgendwelche Leute sich mit einem dicken SUV da draufstellen. Ja. Und dann... Der Juice Booster rettet dir den Arsch. Genau, ich mache es dann immer so, ich parke die dann einfach ein und lege den Juice Booster drumherum und dann haben die nämlich die Arschkarte. Genau, sowas mache ich auch. Genau so. Ich kann euch den Juice Booster nur empfehlen. Unter meinem Video steht auch so ein Refere-Link, dann kriegt ihr 5% auf den Juice Booster. Ja, ihr könnt auch bei meinem Video vorbeischauen, da gibt es auch einen Spaß. Gibt es auch hier auch 5%, ist mir auch völlig wurscht. Macht ihr, ihr wollt. Aber das Ding ist wirklich geil. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Den Juice Booster benutze ich außerhalb des Supercharger-Netzwerks nur. Ja, ich habe auch zum Beispiel bei mir zu Hause gar keine Wallbox in der Tiefgarage, sondern einfach nur Starkstrumpfstecker. Geht halt auch mit dem Juice Booster easy. Genau. Ja. Was macht ihr, da ist alles gut aus? Ja, ich könnte dir ein paar Lackschäden zeigen, die jetzt wahrscheinlich aufgrund der Fliegen nicht so auffallen. Ja, was hast du denn da, wo Lackschäden nur ein paar Fettaugen wurden? Ich glaube, ich habe hier, ich weiß es nicht mehr, hier, guck mal, diese Kante ist nicht sonderlich sauber. Ja, ja, ganz minimal. Ja, und auf der anderen Seite ist auch irgendwo ein Lackpickel, aber hier, da, hier sieht man relativ deutlich sogar. Ja, das sind diese typischen Dinger, ja, genau. Ich sage mal so, wenn ich mein Auto anschaue, schaue ich es von hier an und nicht von hier. Du weißt, was Elon sagt, ne? Elon sagt, ihr geht an das Auto ran, so, dann geht ihr drei Schritte zurück. Und wenn ihr es dann noch seht... Wenn ihr dann noch was seht, dann machen wir das. Aber du siehst nichts mehr. So nicht, so nicht. Ja, ja, das ist so. Ja, alles gut. Was haben wir jetzt gelaufen? Ähm, 30.000 Kilometer knapp. Also, ich kann kurz reinschauen. 29.400. Okay. Dann stelle ich dir jetzt meine typischen Fragen. Es gab mal eine Serie bei mir, die heißt Warum Tesla? Im Moment übernimmt meine Frau Arni das im Auto mit Arni. Aber wie ich frage, die sind mal ein paar Stellen, ein paar Fragen. Warum Tesla? Warum fährst du einen Tesla? Wegen der ganzen Faszination rund um das Auto. Also, bei mir ist es so, als ich das erste Mal von Tesla überhaupt mitbekommen habe, dass es die gibt, so hat es mich direkt gepackt. Weil es gibt nicht nur einen Aspekt an dem Auto, der irgendwie spannend ist, sondern ganz viele verschiedene. Das ist nicht nur der Antrieb und die ökologische Seite davon, sondern zum Beispiel auch die Fahreigenschaften, die mit so einem Skateboard-Elektro-Auto-Design zum Beispiel einhergehen. Diese unglaubliche Beschleunigung und dass man diesen schweren Tiefpunkt hat. Genau, tiefen Schwerpunkt, Dreher drin gehabt. Aber auf der anderen Seite natürlich halt auch die Technik. Ich bin eigentlich, also ich komme eigentlich aus dem Technikbereich, habe früher auch ganz viele Technik-Videos gemacht, mache ich bis heute. Und naja, wenn man halt eine Faszination für Smartphones hat, für Computer hat, für Tablets hat und so weiter und so fort, dann kommt ein Autohersteller daher und sagt dann so, wir machen Software-Updates over the air, wir machen Netflix-Gucken an der Ladesäule, wir machen einen Autopilot, der sich selber verbessert. Da geht einem das Herz auf als Nerd. Und deswegen würde für mich persönlich zum Beispiel auch kein anderes Elektroauto in Frage kommen, außer einen Tesla, weil diese ganzen Spielereien, die tun es mir schon sehr an. Da waren schon ein paar andere Antworten drin zu den anderen Fragen. Meine nächste Frage wäre, bist du so ein Öko-Vogel? Nee, bin ich nicht. Ich bin schon bewusst, würde ich sagen, versuche wenig zu fliegen, versuche so wenig Fleisch und Milchprodukte wie möglich zu essen, auch wenn ich nicht mehr 100% Veganer bin. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Leute, wir müssen alle uns irgendwie zum Lachen in den Keller sperren und alle nur noch Smart for Two Electric fahren und Kühlstreicheln gehen in der Freizeit. Man muss irgendwo ein Mittelmaß finden. Und ich finde, mit so einem Auto kann man sehr viel Freude haben, ohne dass es jetzt gleich der, keine Ahnung, RS Q8 oder so sein muss. Okay, das verstehe ich. Das ist für mich absolut okay. Wie sieht das aus mit anderen Automarken? Sagen wir mal, in diesem Bereich so ein Kia e-Niro, ein Kona, ein Ioniq, Nissan Leaf, Golf, den ID.3. Wie findest du diese Fahrzeuge? Ich glaube, der ID.3 ist sehr vielversprechend. Ich glaube, da wird noch viel Gutes mit diesem Auto passieren. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich schon ein paar Mal in einem drin saß und ich will VW mal the benefit of the doubt so lassen, weil ich sage mal so, das waren natürlich alles Vorserienfahrzeuge, aber die waren schon unfassbar billig verarbeitet. Und das aus dem Mund von einem Tesla-Fahrer ist halt schon bitter, sag ich ja. Also wirklich, auch wenn man sich mal in den neuen Golf setzt und dann in den ID.3 und mal so die Türgriffe und so. Und die anderen machen? Ich mag den Porsche Taycan sehr gerne. Ich finde die Renault Zoe super cool, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Design ist. Finde ich als Stadtauto super genial, super gelungen. Oder? Ja, okay. Aber das Gute ist eben, und deswegen sind wir ja hier zufällig aufeinander gestoßen, dieses Ladenetzwerk, das ist halt unschlagbar. Du musst dir keine Gedanken machen, einfach anschließend. Auch wenn ich sagen muss, dass es nicht perfekt ist. Ich war vor zwei Wochen mal hier, und da haben diese vier Charger nicht funktioniert. Da habe ich mich erst dann eingestellt, ging ich. An den nächsten ging ich. Dann an den ging. Okay, also fünf und sechs, da sind wo die Fahrfuß ausgefallen. Die sind übrigens hier drin, damit ihr das mal wisst. Da sind noch die Haken oben dran, damit man sie umstellen kann. Ja, aber im Zweifelsfall, ich sage mal so, mir ist es noch nie passiert, dass ich mit einem Tesla liegen geblieben bin, weil eine Ladesäule nicht funktioniert hat. Weil im Endeffekt, das ist jetzt die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe sozusagen. Und da haben trotzdem noch 75% des Ladeparks funktioniert. Also alles gut. Bist du überhaupt mal liegen geblieben? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war schon häufiger mal unter 0%. Aber ich glaube, wenn man erst mal ein paar Kilometer Elektroauto gefahren ist, dann gewöhnt man sich langsam dran, sich da ganz nah dran zu trauen. Ganz genau. Das mache ich auch regelmäßig. Auf Langstrecke fahre ich gleich runter auf 2, 3, teilweise 1%. Lade dann so weit, wie ich muss, um dann zügig weiterzukommen. Denn nur so kommt ihr zügig weiter. Das heißt, ziemlich weit runterfahren, bis 50, 60% laden und weiter. Das ist für den E-Cannonball zum Beispiel immer ein Ries. Was ist die Reisegeschwindigkeit bei dir, beim E-Cannonball? Also wie schnell fährst du dann bis zum nächsten Supercharger? So schnell, wie es erlaubt ist. Also würdest du auch auf 230 hoch, wenn unbegrenzt ist? Ja. Wenn ich dadurch einen Vorteil habe. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der Supercharger ist ungefähr, sagen wir mal, 20 Kilometer weg. Ich habe noch 30 Kilometer ungefähr Reichweite drin. Dann fahre ich so schnell, solange ich kann, bis ich merke, okay, jetzt wird es eng, der im Drossel, ich langsam runter, bis ich dann mit ganz wenig ankomme beim Supercharger. Hm. Klammer, clever. Da liegt er ja am Stress. Ich glaube, Björn Nüland hatte mal so ein tolles Video gemacht, wo er vorgerechnet hat, dass die optimale Reisegeschwindigkeit 190 kmh ist. Bei Moto3. Womit man nicht rechnet eigentlich. Was ist das? Der Sweetspot, so heißt es, ist 190 beim Model 3 und 178 beim Model S. Und seitdem ich dieses Video gesehen habe, sieht meine Nase so aus. Ja, genau. Ja, das stimmt. Man fährt dann nämlich von Supercharger zu Supercharger. Ja, man hat natürlich mehr Akkuzyklen dann. Pro Kilometer ist ja klar, höherer Verbrauch, mehr Zyklen. Aber egal. Egal, es gibt dann immer noch die Schleicher, habe ich eben auch ein paar auf der Autobahn gesehen, die dann wirklich mit 100 auf der rechten Spurbahn kann man auch machen. Kann man doch machen, wie man Lust hat. Kann man genauso machen, dann skippst du eben ganz viele Charger, musst eventuell gar nicht auf der Autobahn laden, sondern zu Hause und da, wo du herkommst. Also alles kein Problem. Aber ich mache auch gerne mal eine Pause, so ist es nicht. Ja, das ist das Schöne, das ist entspannt. Und man trifft coole Leute. Ja, richtig. Du hättest es gedacht. Felix Bahr. Ja, alles klar. Ich bedanke mich bei dir. Ich weiß nicht, ob du meinen Standardspruch kennst. Du weißt, der Elektroauto steht da, dann lädt er. Das ist mein Standardspruch, den kennst du nicht, okay. Ist aber auch kein Problem, den habe ich erst ein halbes Jahr drauf. Steht da, dann lädt er. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir können ja auch gleich weiterfahren, denke ich. Wir haben genug geladen. Und euch, bei euch bedanke ich mich auch. Wenn euch irgendwas gefallen hat oder wenn ihr eine Befrage habt oder sonst irgendwas geht, auf seinen Kanal, Felix Bahr. Und schreibt eure Kommentare hier drunter. Ich bin Ove von TNT Mobility. Das ist Felix Moin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.